In den Zimmerraum gegangen. Das ist die Eingangstür. Da ist das WC. Sieht so aus. Und das ist unsere Zelle. Da hat es zwei Wetter. Da ein Fernseher. Ein Wasserkocher. Da kann man rausschauen, so. Und dann ist es das eigentlich schon. Just let me go. Freezing up, freezing up. Like that I can get you off my mind. Das ist halt ein Style-Check. Also das allein ist eigentlich... Ich habe vorher beim Eintreten so ein Wasser. Das ist jetzt so ein... Was ich mehr... Äh... In einer halben Stunde können wir es wieder einsammeln. Super. Achtung heiss. Schau mal, was aus dem Gefängniskoch gerade hinsaugert hat. Aufmerksamkeit. Verpackung. Abonnieren. Aufmerksamkeit.